Autsch. Oh. Ja, das war nicht so schlau. Heyo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Legend Rise of the Phoenix. Und ja, ähm, ich wollte euch noch die Monster-Farmwelt zeigen, dazu kam ich bisher noch gar nicht. So eine Frechheit aber auch. Ähm, ich schaue mal, ob ich jetzt reinkomme. Gestern hat es leider nicht funktioniert. Das habt ihr ja wahrscheinlich in dem Part gesehen. Und ich habe vorhin schon eine Folge aufgenommen, in der ich das Heiligtum zeige. Jetzt, ähm, ich bin nur am zeigen hier, meine Güte. Jetzt gucke ich mal, ob es dieses Mal funktioniert. Ich hoffe es. Ja, es funktioniert. Holy shit. Oh, 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 oh. Und ich habe nur ein Schwert. What the fuck ist hier los? Okay, ich habe ein Problem. Äh, Hilfe. Ich habe direkt mal einen epischen Brustpanzer gefunden. Was geht hier? Hi. Meine Güte. Ich kriege zu viel. Okay, Moment, Moment, Moment. Ich habe nur das eine Schwert hier. Das... Ach ja, ich habe meinen Speed-Dingsbums verloren. Ah nein, ich wollte das... Das hier wollte ich. Oh Gott, oh Gott. Ist ja Wahnsinn. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Ich will das hier. Gib mir das. Ich werde sowas von sterben hier. Ich werde sowas von sterben. Eine Lederkapuze, willst du mich verarschen? Und ich muss ständig mein Inventar ausleeren, glaube ich. Oh, ouch, ouch, ouch. Hilfe. Habe ich genug zu essen dabei? Ich hoffe. Ich hätte mir Tränke mitnehmen sollen. Holy shit. Gott, ist das hart. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, ich wollte hier eigentlich ein Mettbrötchen. Oh, ein Mettbrötchen. Das ist nicht meins, ich weiß. Ja, ja, ist ja gut. Wow. Ja, hier ist der Blow-Schaden von den Creepern an. Das ist ein ganz großes Problem. Mein Schwert ist kaputt. Ja, das ist ein unidentifiziertes Schwert. Ich weiß, aber das ist mir jetzt gerade egal. Ich brauche ein Schwert, um mich hier zu verteidigen. Sonst werde ich sterben. Das ist mir nämlich vollkommen Wurst. So, ich darf nicht in die Nähe von zu vielen Skeletten, weil dann sterbe ich. Wie einfach eine Todesnachricht nach der anderen kommt. Oh, 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 oh. Ah! Skelett im Wasser. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Ah, ich hasse diese Viecher. Habe ich nicht selber einen Bogen? Ich habe selber einen Bogen. Da, hier. Das kann ich auch. Stirb. Mein Gott, diese scheiß Viecher, ey. Geh mir auf den Piss. So. Ah, guck mal, wie viele XP hier rumliegen überall. Ist ja Wahnsinn. Oh! Der Holzwurm hat hier seine Items vergessen. Hey, überraschung. Ja, der Bogen hat null Effekte, null Verzauberungen. Das ist mir aber vollkommen egal. Sorry, aber du kannst... What? Ich will das Fieder töten. Ein brennender Pfeil. Gib mir den. Eimerod. Okay. Ähm. Was ich euch eigentlich zeigen wollte war... Ja, hier. Das ist der Wahnsinn, was hier abgeht. Das ist ein einziges Gemetzel. Äh, ich bin hier bis jetzt einmal drin gewesen. Da war die Monster-Spawn-Rate aber bei weitem nicht so hoch. Au! Das ist echt der absolute Hammer hier. Man kann hier drinnen übrigens auf seine Ender-Chests zugreifen. Ähm. Finde ich ganz cool. Was ist das hier? Infos. Ja, es gibt eine Menge Infos für den Moment. Ähm. Ich muss hier schon mal so ein bisschen aussortieren gerade. Ähm. Das ganze Leder-Gedöns brauche ich nicht. Hab ich das jetzt weggeschmissen? Achso. Kann ich nicht, weil... Von einem anderen Spieler Items in der Nähe rumliegen. Ha! Okay. Dann gucke ich mal, ob ich die hier loswerden kann. Achso. Äh. Die verschwinden einfach. In Ordnung. Ja gut. Ist egal. Ähm. Ich will sie auch gar nicht nochmal einsammeln. Äh. Ist das so. Stirb. Und ich sterb gleich mit. Hahaha. Ähm. Ja. Zur Monster-Farmwelt muss ich eigentlich nicht mehr viel sagen, glaube ich, weil einfach jeder andere Let's Player außer mir die Monster-Farmwelt schon einmal vorgestellt hat. Ähm. Es wird... Äh. Es ist halt eine Farmwelt, die rein für Monster-Klatschen ist. Und in der man eigentlich auch nichts anderes tun kann. Ähm. Die ist extra dafür erstellt worden. Ähm. Und äh. Man sieht, dass das Ganze äh funktioniert. Was allerdings noch nicht funktioniert, ist das Feature, was hier aufgespielt werden sollte bezüglich ähm, äh Bossen. Ähm. 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 Hier sollte es äh World-Bosse geben und Allgemein-Bosse, die man dann äh auch klatschen kann. Da braucht man natürlich ein paar mehr Spieler als nur ähm. Ähm. Einen oder zwei. So war's zumindest geplant. Dass man da so mehrere Spieler mit äh... Du siehst gut aus. Dass man da mehrere Spieler mit ähm... Im besten Fall die ja Equip braucht. Um diese ähm... Äh. Um diese Bosse zu besiegen. Allerdings ähm. Allerdings ähm. Ja. Wie gesagt, hat das Ganze glaube ich noch nicht ganz so funktioniert. Es gibt Bosse. Durchaus. So ist das nicht. Aber ich hab zum einen bisher noch nie einen gesehen. Und äh. Zum anderen sind gerade auch diese World-Bosse noch nicht so ganz aufgespielt. Keine Ahnung. Ähm. Autsch. Ähm. Ist das Ganze noch ein bisschen... Muss das Ganze halt noch ein bisschen überarbeitet werden. Aber das, was bisher schon mal funktioniert, ist, dass man hier super Level-Farmen und äh... Items äh finden, suchen kann und so. Ich habe hier auch schon äh... Soweit ich weiß zwei Set-Items gefunden. Was ich sehr, sehr cool fand. Hey! Stirb! Spinnen! Hühnchen! 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 Kann es sein, dass man die Hühnchen hier gar nicht töten kann? Man kann die Hühnchen gar nicht töten. Haha. Das ist hauptsächlich... Also das ist einfach nur, um äh... Monster zu klatschen. Und nicht um irgendwelche normalen... Dieben-Mobs zu töten. Eine Plattenhose. Eine Emerald. Wow! Nein! Wow! Nein! Das war knapp. Du Mistvieh! Pokst einfach den Creeper hier in meine Richtung. Ich glaube aber, was geht los! Aua! Aua! Boah! Von beiden Seiten! Was geht hier? Okay, ich werde sterben. Ich habe das Gefühl, ich werde sterben. Wow! Ja! Die scheiß Skelette! Die haben ja hier gerade Ping-Pong gespielt mit mir! Was geht denn ab? Stirb! Verschwende! Muss was essen! Haha! Huh! Es geht ganz schön los hier! Ich habe eine Hose! Weil ich ja noch keine Hosen gefunden habe hier! Okay, ähm... Die Eier brauche ich nicht. Eier ist totaler Bullshit. Äh... Heilungsfeile... Ich habe keine Ahnung... Creeper-Feile... Ich sollte die Feile vielleicht... Ähm... Autsch! Au! Au! Und ich sollte nicht zu viel Zeit im Inventar verbringen. Das Blöde ist, im Wasser brauchen die Viecher aber so ewig, bis sie bei mir ankommen. Und wenn ich die dann wegpoke, dann kommen die mal an sie ran. Wenn ich dann selber ins Wasser gehe, bin ich des Todes. Und mich dann die Skelette wieder kaputt klatschen hier. Oder die Creeper. Wahlweise. Ui! Ähm... Ein Blend-Pfeile. Blend-Pfeile sind auch ganz cool, glaube ich. Aber das Item gehört jemandem. Ist aber blöd. Ich finde diese Mini-Creeper irgendwie total... Diese Mini-Zombies irgendwie total niedlich. Hey du! Ein Emerald. So, 19 Level habe ich jetzt schon. Ist irgendwie ganz cool. Autsch! Jetzt bin ich natürlich wieder im Wasser. Diese Skelette und das Wasser. Das Wasser hier ist zum Kotzen. Warum zum Henker hat man hier so viel Wasser hingepackt? Ich will mal irgendwo hin, wo es kein Wasser gibt. Mann. Das ist ja nervig. Okay. Dann muss ich hier nur irgendwie durch die Mops durchkommen. Hilfe! Oh mein Gott! Au! Das funktioniert überhaupt nicht! Ich kann hier nicht irgendwo hin, wo es kein Wasser gibt. Weil ich einfach, bis ich da hinkomme, sterben werde. Das ist nicht möglich. Krass. Wirklich krass. Ein Schwert. Oh! Aua! Aua! Boah, ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Hilfe! Boah! Holy Shit! Oh mein Gott! Facebook, hallo! Halt! Nein! Nicht das verrottete Fleisch essen! Danke! Oh mein Gott! Holy Shit! Ja, ähm... Liegen hier immer noch Sachen von anderen rum. Weil dann kann ich mein Zeug... Äh... Hier einfach erstmal wegschmeißen. Diesen ganzen Stuff, äh, hier mit, ähm... Diesen ganzen Monster-Stuff, den kann ich eigentlich, ähm... der Feilerei spenden. Was ist das hier? Mobile Werkbank Pauschnet. Habe ich schon. Puh! Mein Schwert ist einfach schon fast kaputt. Autsch! Oh! Ja, das war nicht so schlau. Ja. Ich schieße hier einfach mal den Creeper-File, was geht. Also, ich glaube, die Creeper, die, ähm... droppen natürlich auch nichts. Doch! Puzi, doch! Cool! Dann kann man sich hier seine eigenen Mobs, äh, erschaffen. Aber sie geben Erfahrungspunkte. Ich hab jetzt 20 Level. Holy Shit! Treter! Gib mir die Treter! Gibt mir die Treter! Gibt mir die Treter! Gibt mir die Treter! Ja! Also, Rüstung finden ist hier eigentlich gar nicht so schwer. Findet man hier massig. Autsch! Autsch! Äh! Au! Mein Gott! Mein Gott! Ich komm mir nicht mehr klar, ey! Ist ja der Wahnsinn. Also, ich hab... Ich rede hier relativ wenig, wie ihr vielleicht merkt. Einfach, weil ich mich die ganze Zeit mega am konzentrieren bin, um mich zu sterben. Hallalala! So, ich glaube aber hier rüber könnte ich es schaffen, irgendwo zu einer Stelle zu kommen, wo nicht so viele... Äh, so viel... Uua! Wasser ist! Uua! 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 Wow! Oh Gott! Also ich habe das Gefühl, hier rege ich mich nur auf. Hier rege ich mich echt nur auf. Und hier sterbe ich auch nur. Das hat ja so keinen Sinn. Also Level-Farmen ist hier, glaube ich, schwierig. Aua. Das ist hier wirklich ziemlich schwierig. Ich glaube, ich habe noch nicht wirklich meine Zeit voll. Also ich bin hier gerade ziemlich am sterben. Liegt aber vielleicht auch daran, dass mein Helm kaputt ist, wenn ich einen neuen brauche. Und ich allgemein nicht das beste Equip jetzt gerade anhabe. Doch, Haltbarkeit 3. Also Haltbarkeit 3, ja gut. Schutz 2. Jetzt ziehe ich mir die Trete an, statt dem Ding hier. Nee, Schutz 2, warte. Guten Tag, guten Tag. Crafting Busty. Ah, oh, oh, ein Elfenfreund. Hallo, hallo. Das will ich nicht haben. Weg mit dem Dress. Kriegst du ja einen Stiefel. Könnte ich verzaubern, will ich aber gar nicht verzaubern. So, her damit. Okay, da sieht die Rüstung doch schon mal ein kleines bisschen besser aus. Ich wünschte, ich hätte noch irgendwelche Dia-Sachen. Die Rüstung hier ist eigentlich auch totaler Mist. Könnte ich eigentlich auch nicht gebrauchen. So, versuchen wir es noch mal. Last but not least, er ist schon wieder ein fucking Skelett. Auch wenn diese Dreckskelette ja nicht wären, ne? Explodierender Fall. Kann ich den einsammeln? Everett? Cool. Wenn die Leute ihre Items liegen lassen, finde ich gut. Könnten sie öfter machen. Normales Backpack. Oh mein Gott, oh mein Gott, Creeper. Oh. Creeper. Aua. Aua. Wenn man 50 Pfeile in den Rücken geschossen bekommt. Oh Gott, ist doch schrecklich. Okay, hier ist nicht ganz so viel los. Das könnte, äh, also... Ähm, ich habe, glaube ich, nicht mehr so viele Pfeile. Ähm, oder? Acht Pfeile habe ich noch. Ja, super. Das bringt mir richtig viel. Hm. What shall I do? What shall I do? Ich halt auch weiter... Oh, so drauf gehen. Holy. Was essen? Essen, essen, essen. Hä? Nein, 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 nein. Hä? 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 Huh? Meine Güte. Äh, ich will gar nicht wissen, wie... Ja gut, ich sehe mit... Von den Fallen her etwa genauso aus, wie meine ganzen Kameraden hier. Oh, ouch. So. Stirb, stirb. Du auch. Stirb, 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 stirb. Oh, stirb, 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 stirb. Wann ist das hier explodieren, die Viecher? Holy shit. Okay, ähm, wann habe ich die Folge angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich musste sie aber auch zwischenzeitlich unterbrechen. Musste ich sie unterbrechen, das Blödsinn. Ähm, wann habe ich angefangen, wann habe ich angefangen? Ähm, ich habe jetzt 15 Minuten. Öh, reicht eigentlich, oder? Nein, Quatsch. Ich fände es ganz cool, wenn man hier noch so, ähm, irgendwelche Extras finden könnte. Irgendwelche Kisten, die man hier irgendwie lupen könnte, oder so. Doppelfall. Oh, Skelette, Skelette. Jede Menge Skelette. Ouch. Okay, ich bleib einfach hier beim Spawn und, äh, versuche die, die hier zu klatschen, die hier um den Spawn herum, äh, auftauchen. Zum Beispiel den hier. Okay, irgendwie droppen die Endermänner gar keine, äh... Oh Gott. Wie das einfach aussieht. Das ist der Wahnsinn. Ich versuche es einfach nochmal hiermit. Oh. Halt. 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 Nein, weg. Weg. Ich hatte jetzt den explodierenden Fall geschossen. Ähm, das ist keine so gute Idee. Stirb. So. Aua. Wow. Na gut, ich bin auf Level 21 gekommen hier. Das ist doch schon mal viel wert. Ähm, hab ein bisschen was an Rüstung eingebüßt, auf jeden Fall. Äh. Oh, oh, Creeper, Creeper. Aua. Na, zumindest geben die mir einen ordentlichen Buß. Den Emerald, gib mir den Emerald. Ich will den haben. Nein, gib mir den. Puh. 22 Level. Das ist nicht schlecht. Ich glaube aber, ich gehe jetzt langsam mal wieder hier raus. Ich hoffe, ich bin richtig. Ja, ich bin richtig. Puh. Also in der Monster Farm Welt muss man wirklich, äh, wissen, was man tut. Und man muss ordentliche Rüstung haben. Ähm, das Problem ist, dass ich noch nicht genug, äh, DIA Rüstung habe, um mir zu erlauben, damit zu sterben. Ich habe eigentlich die einzige DIA Rüstung, die ich habe, ist die, die ich für den Nexus haben möchte. Und auch da bin ich ziemlich sicher, dass ich die verlieren werde, weil ich einfach sterben werde. Aber, ähm, für die Monster Farm Welt einfach rein, um Level zu, äh, Level zu bekommen, lohnt sich das für mich nicht. Und wenn ich dann tatsächlich doch sterben sollte, dann hat sich das wieder mit den Leveln. Also Level-Farm werde ich wahrscheinlich eher wieder im Neta. Warum renne ich eigentlich zurück? Weil ich mein Inventar lernen möchte. Okay. Also, ähm, das mit dem Level-Farm ist vielleicht eher was in der richtigen Farm Welt oder im Neta. Im Neta wahrscheinlich noch am besten wegen Quarz-Farmen und so'n Kram. Ähm, da die Monster-Farm Welt ist eher was für Leute, die wirklich richtig, richtig gutes Equip haben und, ähm, wissen, was sie tun. Ich weiß leider nicht, was ich tue. Ich könnte euch vielleicht noch mal kurz mein Häuschen zeigen, aber das mache ich vielleicht auch im nächsten Mal. So, äh, Equip-Münsche verteilen hier so, da, zack. Ich glaube, ich versuche auch irgendwann mal meinen ganzen Monster-Loot-Gedöns hier an die Pfeilerei zu spenden. Ähm, wenn wir jetzt extra jemanden haben, der sich um die Pfeil-Geschichten hier kümmert. Hose, Plattenhose, Brustpanzer, ähm, Treter, das ist, hallo Facebook, Brustpanzer. Also, das hier sind die ganzen epischen Sachen. Und das hier sind die ganzen normalen, ähm, ja, Rare-Sachen, sag ich mal. Ähm, ich habe hier unten übrigens auch, nein, nicht hier, doch hier, da, äh, schon zwei Set-Gegenstände bekommen. Das Problem ist aber, dass ich halt, äh, ein Level-5-Kristall für, und, ähm, halt auch 50 Level. Deswegen bin ich halt momentan so am Level-Farm. Ist aber schwierig, wenn, ähm, man zwischendrin immer stirbt. Deswegen habe ich mich gestern so furchtbar geärgert, als ich dann tatsächlich fast 40 Level verloren habe. Es war so dumm, es war einfach so dumm, ich hätte nicht mit zum Heiligtum gehen sollen. Naja, ist egal. Ach, alles fürs Volk. Dann würde ich sagen, bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen. Ähm, ich habe euch ein bisschen den Eindruck von der Monster-Farm-Welt liefern können, denke ich. Buh! Wieso? Aber kurz schrecken. Äh, strecken, nicht schrecken. Ähm, ja, ich habe euch so ein bisschen den Eindruck von der Monster-Farm-Welt geben können. Ähm, ihr seht, das ist ein riesiges Gemetzel, wenn man da reingeht. Die Mobs-Spawn-Rate ist einfach der absolute Wahnsinn. Und, ähm, ja, mal schauen. Ich werde da wahrscheinlich nicht so oft reingehen, sondern zum Level-Farmen dann, wie gesagt, eher in den Neta oder in die normale Farm-Welt, weil in der normalen Farm-Welt gibt es ja auch noch Mobs. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oben da. Schaut auf jeden Fall auch in die Videobeschreibung, da sind wie immer wichtige Links drin. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.